Und jetzt, und jetzt jubelst du mal, wie du in Österreich... Wie macht, wie macht, wenn Österreich... Wie macht, wie macht der Lapp, wenn ein Tor schießt? Daaa! Das geht nicht alles, wie man auch in Österreich ist. Jetzt könntest du schon 2-0 werden. Krass! Ja, es wäre nur super, wenn wir wieder die Flagge aufstellen. Ja, nein, bitte. Bitte, ja, nein, bitte. Bist befreundet, ich bin nicht... ...